Drüben ist ein Anreizhafte hier Doch rechts Ich bin links geboren Arsch der Welt, Mann! Lass bei dieser Sündung nicht! Ich bin gar nicht so hinter dir schon, ne? Ich hab ne Bombe Auf die Wand umgesetzt! Augen drauf halten! Nein! Der hatte Fenster! Nicht drauf, ich hab ihn Ja ne Bombe schief rauf, halt, was braucht's da? Ja, geht nicht! Ich hab zwei Leute weggeholt, der dritte auch Alle weg, alle weg Einer noch drinnen, da sind alle sauen Guck mal nach, nach Wasser, rechts, 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 rechts Ist der tot? Rechts, rechts, an der Hütte durch Drei Mann, rechts Jetzt einer zur Bombe Ich bin still, ich bin still Nein Noch eine dritte Noch eine dritte Alle sauen, du hast der letzte Sie haben unsere Sprengladung entschärft Wir müssen wieder rein Ja, okay, seid blöd hier Seid blöd hier Bewegungsmelder unterwegs Ja, da kriegt es jemand Freunde, wir haben die vier aus Na Ja Noch immer Kiste Boah, wo denn eh Der hockt da, hinter der hinter der Kiste da Direkt Das ist doch nur die Rübe Mach scharf Hinten hyper Hinten hyper Hinten hyper Hinten hyper Aua, Leute Herbtes in Bewegungsmelder So, ich warte, D Sieg Z quedar Nein, 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 war gar nicht eben nach vorne. Ich muss nachladen. Meine Pistole ist da nicht mehr drin, die ist so leer. Die halten ja nur drauf, was ist das denn? Wer wurde denn? Nein, 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 nein. Die Pistole sind unterwegs, zur nächsten Basis, aus. Ja, ich hab nichts mehr drin. Da drinnen, ja, genau da drinnen lieg ich. Ja, ist zu spät. Auf dem Haus ist er, auf dem Dach, an der Küste. Ach, scheiße. Brauche erste Hilfe hier drüben. Oh. Oh, meine Nase direkt, ey. Ach, scheiße, ich bin weg schon. Kannst du mich hoch? Wo bist du? Boah, hinter dir. Hey, bin bei dir. Steh auf. Soll so. Ja, war halt so. Boah, die kann mal rein. Boah, drei Leute. Scheiße. Scheiße. Bleib am Leben, bleibt am Leben. Ah, Moment. Ah, ja, ich hab... Links, Achtung, links. Ah. Ist der mit der FCO schon in der Kompos mal? Hier ist ein Medikit. Ja. Blauen Container. Die Rettung ist wieder hoch. Nein. Krabi, kann ich mich hochziehen? Genau. Sauber. Bewegungsmelder überdrehen. Achtung! Oh, Gott. Da saß die ganze Zeit einen Tupel weg. Ja. Bewegungsmelder unterwegs. Oh, ich hab diesen Bug hier. Der ist ein Kette. Der ist ein Medikit. Den laufen links. Krabi, hier leichter. Krabi, hier leichter. Krabi, Feuerbach. Over. Ah. Ah. Ich hab die nach vorne. Boah. Oh, noch was. Oh, noch was. Oh, noch was. Oh, noch was. Ah. Funke! Du bist okay, weg da! Was ist denn was? Gut, wir haben jetzt einen Lacken, die Bravo! Ich rede gleich mal ein Medikit hin. Jo, jo. So. So, jetzt laufen die alle überall rechts. Ne, ne. Überall noch. Ich hab letztens auch angeraucht in dem Video. So. Ja. Jetzt schütt' das mal einfach geiler. Oder was, der Affe? Links durch. Links durch! Alles links durch! Ah. Joah. Ich hab's nicht geblieben Ja, nix wie wehen, aber auch Genau über mir, Alter Links durch, links immer noch Links immer noch Links immer noch Der war total zu drüben, ja Hinter dir Immer noch einer, noch zwei Mann hinter dir Boah, die sprechen da durch Seid ihr gespawnt jetzt links Oder was? Der ist doch alles voller Rauch Du kannst nicht spielen Die rennt zur Bombe Der ist tot Der zweite ist auch tot Da ist noch einer Das ist na... hä? Nee Der ist auf dem Dach Wo tritt der denn immer wieder? Boah, ich bin da, warum packier Oh Mann, der Rauch Rechts auf dem Dach, auf dem Dach Ja Und rechts noch, der Schaffner ist von der Stumi Ab dir den Stumi ganz rechts außen Na, Alter Sauber Ich geh wieder an zum G Ups Echt? Danke, Max, sauber Ja, ich krieg hier keine Marke Eeey Wie auf Spiel Crouchen da rum und so ne Geschichten Ja, lass doch so Tren-Taktik Wir sollen mal ran kommen hier Lass uns auf dem Haus Hinschuld 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 Da ist der Sand Oh Hinschuld Hinschuld Feuer! Inspektor! Anstrengt die Bewegung. Wann? Wir sind die Bewerb. Wir sind die Bewerb. Die Bewerb kann in irgendein Sekunde enden. Ja, hab ihn. Ich habe da ein Bällchen liegen, ich sehe da, wenn da einer kommt. Oh, Ed, 10, rechts auf der Schafel, genau. Dann setzt wirklich ran und ich mache einen. Fünf Tickets noch. Ja, das sollten wir schaffen, vier, ne, fünf Leute, die retten sich alle wieder. Hey, rechts in dem Haus, im letzten, im vorletzten, nicht im vorletzten Haus. Ich habe ihn. An der Strecke ist noch gesandt, bitte. Ich habe ihn. Granate. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Wir treffen sich. Wir haben uns das entgegen. Der Rettung, Magik, jetzt. Schreit ihn ab, sauber. Hinter uns ist was. Startenrand ist auch einer, glaube ich. Auf jeden Fall blinkt da was. Der ist im kleinen Haus blinkt. Storn. Ey, hinter uns sind die. Hinter uns. Ja, was hier ist mein Name, dann nehme ich noch eine. Oh, das ist mein Name. Ja. Oh, wir müssen noch so breite Strecken. Wir sehen uns. Nein. Schreit ihn auf dem Stil. Oh, das ist mein Name. Das ist mein Name. Fertig! Ja, das ist mein Name zu. Ja, ich bin nicht. Gehen los, weg den Lolli, ey. Gehen los, weg den Lolli, ey. Gehen los, weg den Lolli, ey. Gehen Sie den Sitz, gebt ihr Deckung! Hier ist ein Medi-Kick! Geht an der Bombe! Leitung ist scharf! Achtung! Hinten, leg mal Muni! Hey, hier ist Muni-Fjord! Echt nicht. Boah, was ist das denn? Am roten Container, links. Am roten Container vorne und vorne. An dem Baum. Hey, was ist das denn? Hey, was ist das denn? Recht in der Bombe! Boah, was ist denn hier? Ey! Oh, Leil, was denn? Alle tot! Hahaha! Sie haben unsere Springladung entschärft! Wir müssen hier rein! Ich hab gedacht, keine Ahnung, hab ich nicht drauf geachtet. Ich hab gedacht, wir halten den Rücken frei. Haben wir wahrscheinlich alle gehört. Ich hab grad Spawner, kippen auf einmal alle um. Aber auf dem Stück oben. Ich hab' hier leichte Infanterie mit Handfeuerwappen. Oha! Ich hab' hier leichte Infanterie mit Handfeuerwappen. Oha! 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 Äh! Was ist das denn noch? Oha! 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 Abbie! Zieh mich auch nochmal hoch! Zieh mich nochmal hoch! Er hat mich erwischt! Alter, ich hab' hier noch mal ein Racken ziehen. Der ist nur drauf! Oha! Oha! Danke! Gib mir Deckung! Muss nach, oder? Im Schiff einer mit Pumpe aufmachen hat. 2, 3 Leute noch aufmachen. Ja, ja. Spielsmitglied! Gut gemacht! Nein! Boah, das war's. Geh mal da rum, lass. Hilfe! Da vorne! Scheiße! Ja, ist egal. Mach doch mal weiter! Mach doch mal weiter! Mach doch weg! Und einer muss mich hochziehen! Schrappi! Schrappi! Ja, ich versuch's grad. Ich versuch's grad. Aber ich bin nicht. Okay. Aus dem Bild! Ich fäng grad drauf! Ja, hier! Der sitzt am Schiff! Ich bin hier! 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 jag curl ins Mess! Ich bin hier! Ich bin hier! Oh, eine Auge, um Roppel. Das ist hier ein Nerven-Protzen, Alter. Am gelben Container. Am gelben Container. Hände nach rechts. Los nachladen. Boah. Entschärft, entschärft, okay, tot. Oh, meine Güte. Hier ist noch ein Nerven-Sniper. Okay, tot. Okay, wir haben Einsatzziel Alpha gerettet. Oh, wir brauchen noch eine Bombe. Ja, ja, ich bin tot, tot. Wir haben Einsatzziele an dieser Position gesichert. Wir sind unterwegs zur nächsten Basis. Aus. Ah, ich war an der Kiste, jemand. Voller Kiste. Ja, auch an der Kiste hier. Ich bin bei dir. Steh auf. Ich bin bei dir. Steh auf. Oder? 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 Oh, komm zu dir. Oh, die werden ja wieder gerettet, doch. Ich bin der Schmutz jetzt und vom Kiste. Entschärf, entschärf, entschärf. Da ist noch ein, da ist zwei noch auf. Nein! Oh! Alter! Gibt ja kaum was, rechts am Roten. Au! Mitte! Alle hinter dem Roten, Achtung, alle hinter dem Roten. Alle Medics, glaub ich, ne? Ja! 23% natürlich. Auf meiner Wisch. Rechts, einer raus, einer links, einer, ja, zwei links, einer rechts. Oh mein Gott, der ist immer noch in der Mitte. Mit dem Kaktus. Selbst den anderen entgelegt. Voll im gelben Container. Was ist das? Ohne der Bombe. Geht ihr zu? Ohne der Bombe. Ohne der Park, Alter. Ich habe zwei. Ich habe zwei. Ich habe zwei. Da sind wir uns dran. Ja 100% Wir schauen nach vorne, Max! Hier ist der Rache. der rechner gehörte präziger naja die kommt schon auch da irgendwo Zwei Mann oben von Cube, zwei in den gelben Container, zwei in den gelben Container. Jaja, hab ich gesehen. Jetzt sind alle runter, sind alle runter. Die anderen beiden sind auch hinterher noch. Ja, einen hab ich. Boah, rechts, scheiße. Sniper. Wir haben einen roten Container. Unterohren, rechts verloren. Vorohren, scheiße. Boah, ich hab nur drei Schuss, muss unbedingt nachladen. Links, oben. Boah. Alter. Sehr schön. Hier, ich bin hier festgenagelt. Ja. Ja. Schuss, wir haben hier. Auf der linken Seite am roten Container, vorne. Wir sind jetzt aufs Schiff. Auf dem Schiff. Link auf dem Schiff. Einen hab ich da, ja. Oben am Schiff ist noch einer. Oben noch, nein. Ne, das bin ich. Das bin ich. Ich hab keine Kraft. Ich war noch und glaub ich alle, es hat keiner mehr geschrien. Und da bin ich. Mir piep. Immer noch, ne? Ja. Toll, lol. Da ist noch einer, genau unter uns. Er ist in der Kiste. Da ist da und da und da und ja. die saßen da rum wenn wir da so locker drangehen würden, wie wir immer drangehen würden und uns nicht so stress machen und nicht so nervös werden dann ist es viel besser loslaufen, glaub mir ich geh rechts drauf, ja das ist schon wahr, flink angehittet down angehittet down angehittet was dachte denn? angehittet treib erst mal links hinten links toll, ich hab jeden einmal angeschossen, ne aber wirklich jeden 1 oder 2 mal aber da ist noch ein Sani durch, oder? ne, der ist bloß, den hab ich ganz früh war ein Sani einen hab ich schon mal weggeschossen, ne oder zwei da ist es markiert? ja, hinten an A, hinten an A hinten an A jetzt in einem kleinen Haus kommt im Norden down im Auto nach oben ja toll jawoll ich hab ihn jawoll ich hab ihn sorry ja egal ich def die Bombe die spammen im Container ja die spammen der granaten ist auch nicht da hoch ich hab ihn aber spammen zurück Alter ich hab ihn Probleme ich hab ihn nicht ich hab ihn ich hab ihn nicht ich hab ihn ich hab ihn ich hab ihn ja ich hab ihn ich hab ihn ich hab ihn ja ja unten raus leg die Bombe noch einer jetzt so ja Alter war ganz gemütlich ja An der Hage Ey, wieso stürzt du mich? Ey, vergiss nicht, ich hab ihn vier, fünfmal gehittet Ja, was heißt schwarz? Du musst da wirklich ein paar weggeholt. Oben im Haus, scheiße Boah, was ist das denn mal? Boah, C4 Boah, C4 Meine Güte, ey Ja, ich hab auch gedacht, wir wär der letzte gewesen, aber wohl noch eine Ich schlafe an der Bombe Ey, aber ehrlich, ich schlafe jetzt mit ihm an der Bombe Ich hab den beim zweiten Mal vier, fünfmal gehittet und nichts ist passiert, Mann Ja, so soll ich schon relativ gut Das ist schon Wir haben eh gewonnen Wir haben eh gewonnen Eben Ah, ist aber nervig, Mann Na ja, zu viel ausländlich Jop Boah 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 Dankeschön Jop Hab ich schon Wir haben Ich bin zuerst. So, äh, ist ein bisschen kurz. Rechts nach außen, ganz rechts. Bist du auf dir? Boah, ja, hier neben der Mannschaft ist es hier. Boah. Sind alle rechts außen. Oh, I got it. Airphone on the river, on the back of the coast. No, of course, before it comes to the coast. Zarechina pehota противnika. UB2. Ah, sure. Pлохie ребята! Zarechina pehota противnika. Ah, beide. Ah, we're not. Let's go! Weißt du, was ich mich gerade richtig erheb? Ich hätte sich die Jota so... Hier ist ein Däldchen, Leute, bei Mio. Nee, warum? Ein Dach! Auf dem kleinen Dach! El Dach! So... Erechina pehota! Gib her! Apoi, abu! Apoi, wir schweigen! Apoi, wir schweigen! Bliubo, ein Sekundu! Bliubo, ein Sekundu! Unten, zwischen den beiden Häusern, El Dach und Großes Haus! Warte, im großen Haus. Hä? Ja, hab ihn, hab ihn. Boah, da hat man Afe. Da hat noch einer oben. Hast du den Scharfstückchen schon? Ja, hab ich. Achtung, Achtung, da ist noch jemand. Ne, da ist mal einer drinnen. Nö, bei mir gibt's Flächteam, wenn du willst. Ja, und der letzte war ein Meta. Der letzte war ein Meta. Ja, eigentlich können sie rausgehen, weil die ersten Runde haben sie sich sogar noch weg vom Ansturm, wo sie stoppt haben. Ja, nur Kills. Ich hab diesmal auch gut Kills. Ich hab einen neuen 3. Aber er haltet nichts. 10, 6. 13, 4. Ich hab halt nicht einen einzigen Kimmel mit Defensivpunkten oder so. Ich hab immer vorlieg, dass das Ziel immer... Nein! Boah ey, schon wieder Level 1. Attakiert diese Stellung! Hätte ich auf Privatserver, ja. Warten wir jetzt doch kein 6-0, sondern 5-1, oder? Ja ja, on my way. Äh... Du bist okay! Äh... Gehen die gerade raus? Ja, die gehen raus. Äh... 6-1, ganz schön. 5-1, 6-1. Wir haben alle Bomben, haben wir so recht. Wir haben eben so recht. Ist das vielleicht durchgestiegen oder was? Ist das vielleicht durchgestiegen? Wir haben Gesellschaft! Auf Fragnation. Wir haben die Ladung gesetzt! Augen drauf halten! Ja, die... Feinde! Schalten Sie aus! Auf Fragnation! Auf Fragnation! Auf Fragnation! Hier ist ein Medikit! Wir haben einen Scharfschützen! Weg da! Ja! Hey, ich bin bei dir! Steh auf! Boah! Ja! Tustian! Ja! Ring! Ja, du bist fort! Ja, ich spiel auch mit! Ja, noch zum Video-Level, ey! Ich will endlich hier beim Menka spielen! Ich will mein stationäres MG und mein mobiles MG und schrinschmeiß mir Muni hin! So! Biiiiiiiiiihihihi! Biiiihihi! Ich merke es am Bestoß. Ja, ja, ich bin dabei. Schreib diese Stellung an! Äh, jetzt schnallt du mich weg. Hingst du oben im Haus, Max? Äh, im Rechten, bei den Spornen. Genau da. Hinten Haus wohl auch, wenn die Granate da richtig sind. LOL! F*** dich, Alter! Was? Wo? Geh hinten, hinter deinen Häusern, zwischen den Häusern jetzt! Im L-Haus. Ne, ihr seid im Hohen Haus. Im Hohen Haus, der ist der Stopp. Wischen den Häusern! Kommt auf dich zu! Scheiße! Ja, den anderen hab ich. Was? Naja... Ja, eben. Hast du überhaupt mitzukommen, Max? Warum ich mich hier richtig aufgeregt habe? Gerade über die... über A? Ich, Idiot, hab grad noch mitzukommen. Ich hab beim Waffa... ... und wieder... ... hab ich jetzt wieder getan. Ich hab dran an der...